Willkommen beim 24-Stunden-Nachrichten-Kanal. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren, um die neuesten Nachrichten zu aktualisieren. Das Wohlehrgehen ihrer lieben Mutter und das Wohlehrgehen ihrer treuen Fans liegt der Sängerin sehr am Herzen. Umso heftiger traf sie die schockierende Nachricht, jetzt muss sogar die Polizei ermitteln. Die Sehnsucht ihrer treuen Anhänger nutzen mieser Betrüger jetzt eiskalt aus und ziehen die Mutter mit ins Verderben. Die Masche ist skrupellos. Der Betrug läuft im Internet. Die Verbrecher geben sich als Mutter von Beatrice Egli aus und bieten den ahnungslosen Opfern ein Fantreffen zum Verkauf an. Die Sängerin selbst hat davon lange Zeit nichts mitbekommen. Jetzt machten einige Fans sie darauf aufmerksam, dass es einen falschen Account ihrer Mutter auf Instagram gibt. Ein Fan erklärte mir, ich kenne zwei Leute, die haben über 5000 Euro, bezahlt eine sogar mehr. Das war das Ersparte von ihnen. Die Betroffenen haben Anzeige bei der Polizei erstattet. Ob sie das Geld je wieder sehen ist fragwürdig, denn solche Betrugsmaschen werden meist im Ausland abgewickelt. Die Polizei ist häufig machtlos und kann sich.